Hey, wir sind Sonja und die Easy und ich sind heute im Diamond Factory Tycoon und ich möchte gerne mehr Diamantenfarben als die Easy, okay? Wir haben eine Stunde Zeit. Wenn ich mehr Diamantenfarben als du, dann darf ich deinen Skin umgestalten. Was? Nein, 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 so haben wir nichts gewettet. Doch, 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 doch. Guck mal, hast du kein Vertrauen in dich selber, dass du besser bist als ich? Ja, ich weiß nicht. Du kannst meinen umgestalten, okay? Ich mach eine ganze Folge mit. Ich mach eine ganze Folge mit. Ja. Aber, 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 keine Robux ausgeben, okay? Keine Robux? Keine Robux, damit wir faire, ich möchte nur mal anmerken, dass es hier überhaupt nicht fair ist, weil die Easy schon auf ihren kleinen Dropper gelaufen ist, deswegen hat sie schon 700 Dollar und ich habe nur 570. Naja, dafür stelle ich dir ein bisschen afk rum, okay? Das ist okay, aber nimmst du die Herausforderung an, denkst du, du kannst es schaffen, ja? Ja, okay, ich gehe erstmal ein bisschen rum und du kannst in der Zwischenzeit farben. Okay, wir haben, was verkaufen wir hier eigentlich? Wir droppen einfach Diamanten. Wir nehmen einfach einen Dropper und der droppt uns Diamanten, alles klar, verstehe. So was habe ich auch zu Hause? Ich wünschte, ich hätte so was auch zu Hause. So, ich habe jetzt schon einen zweiten Dropper, ich denke, du kannst auch mitmachen, das ist unfair. Die wollen gar nicht so viele Robux von dir tatsächlich. Aber ist okay, wir geben ja keine Robux aus. Das ist, wir wollen ja hier eine faire Challenge. Die wollen mir doch gar nicht so viel abknüpfen. Okay, pass auf. 2.500 für 8. Okay, wollen wir sagen, weil ich habe keine Robux wirklich auf meinem Konto, aber 8 könnte ich mir noch leisten. Wollen wir sagen, wir dürfen uns beide für 8 welche kaufen? Soll ich mir 2,5 kaufen oder was? 2,5, ja. Ja, das kann ich machen. Wollen wir? Ja, okay. Okay, mit du. Let's go. Okay, aber das war's. Mehr gibt's nicht. Wir haben beide gleich. Mehr gibt's nicht. Nee, mehr gibt's nicht. So, 2,5. Weil dann kann man den Anfang schon mal bauen, ist ja auch schön. Upgrader, nochmal einen Dropper, zack, zack, zack. Und ein Kapseldropper. Hier steht, du bist der reicheste Spieler. Wer ist? Ja, du. Steht doch der große Textilie in der Mitte. Das ist mir gar nicht aufgefallen, Ronja. Du bist so gewöhnt dran, was bei dir immer steht, du bist der reicheste. Ich weiß nicht, was der Kapseldropper macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab den hier kurz beobachtet. Hat der irgendwas gemacht? Also der ist jetzt hier, ne? Also existiert auf jeden Fall. Existent, ja. Ist vorhanden. Ah, nee, ich weiß. Jetzt sieht man doch, was der macht, Ronja. Hier ist das Ding und manchmal droppt da was durch. Ah, so eine Art Kapsel vielleicht. Musst du drauf warten. Weißt du was, ich kaufe mir noch einen Upgrader. Der meine Diamanten nämlich zum Leuchten bringt. Nee, nee, nee. Ah ja. Guck mal, da fliegen die durch, durch die Laserlinie und dann leuchten sie. Und dann gehen sie in die grüne Pampe. Und die fließt dann durch den Kapseldropper, nehme ich nämlich an. Ich weiß nicht, ob das der Prozess vom Diamanten herstellen ist, aber sicherlich. Und Ronja, hier kannst du dir eine Waffe holen. Vielleicht kommst du mal her und guckst dich mal ein bisschen um hier. Nee, vielleicht möchte ich mir keine Waffe holen. Ich muss mir erst mal noch einen Kapseldropper holen. Du versuchst mich abzulenken. Du versuchst hier zu gewinnen. So, pass auf, Kapseldropper. Jetzt kann ich mir eine Waffe kaufen. Freust du dich eigentlich schon darauf, wie ich dein Skin verunschleiten werde? Ähm, das würdest du ja nicht schlecht machen, oder? Du würdest den ja eigentlich hübsch machen, denke ich. Oder? Ja, ganz bestimmt, Ronja. Was stellst du dir denn so vor? Also, womit muss ich gerechnen? Ähm, ich weiß nicht. Was magst du denn so gerne? Ich mag gerne. Wolltest du schon immer mal orange sein? Nein. Meinst du meine Haare? Vielleicht Blutfarbe? Ja. Es ist schlankweilig, immer so ganz blass zu sein. So orange ist doch eine schöne Farbe. Nee, ist okay. Ich hab mich ja auch dran gewöhnt jetzt schon. Ist ja auch gar nicht so schlecht dann. Aber vielleicht orange Haare, Ronja. Weißt du, wenn du nicht ganz orange sein willst, ich verstehe es. Aber orange Haare geht doch. Wäre so orange Haare, ähm, so hübsch, so kupferfarben, oder? Nee, mehr, mehr so knallorange wie eine Orange. So hab ich mir das aber vorgestellt. Hm, das ist nicht, was ich mir vorgestellt hab. Wo hast du denn deine Treppe her? Oh ja, 4.000. Die hab ich mir gekauft. Ich hab nämlich schon ein bisschen mehr Cola als du, glaube ich. Wie kann es denn sein? Du hast sogar am Anfang auf Kamen rumgestanden. Weil ich einfach schneller bin in sowas. Wieso bin ich so schlecht in Tycoon? Die Götter haben mich gesegnet mit der ultimativen Tycoon-Macht. Ich muss, was ich wollte. Wo ist meine zweite Etage? Stopp. Was wolltest du denn meinem Skin anzuhn? Okay, ähm, ich stell mir halt mehr vor. Du bist doch auch so ein kleiner, ähm, Emo at heart, oder nicht? So ein bisschen schwarz-weiß alles. Ja, nicht so, nein. So, dass du ein bisschen grimmig guckst. Weil man kennt dich ja auch als grimmige Person. Ja, ja, das stimmt. Dem stimme ich zu, ja. Ja, ähm, halt einfach so ein bisschen, dass du heimtürkisch aussiehst, denke ich. Das ist so ein großes Ziel von mir. Weil, dass man sich denkt, oh, da will ich nicht in der Straße begegnen. Ja, 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 ja. Ich denke, das wäre eigentlich, also es würde gut zu dir passen, denke ich. Du hast mehr Geld als ich und du hast mehr Dropper als ich. Das ist fast kein gutes Zeichen. Weil, ich meine, irgendwie muss ich ja noch zurückkommen. Okay, hier. Förderband. 2000! Ich habe keine 2000. Du hast noch nicht mal das Förderband? Oh, Rolly. Easy! So ein Mist, Mann. Gewinnt die Easy das hier schon wieder? Nein, das gewinnt sie nicht. Okay, ich werde es gewinnen. Oh, Mann. Ich kann nicht mal schummeln, weil ich wirklich auf meinem blöden Account nicht mal Roblox habe. Weißt du, wenn ich dir einen Hinweis geben könnte, würde ich sagen, versuch doch einfach mal, mich zu killen. Was? Damit ich dir so ein bisschen aus dem Kontakt gemacht werde. Ich habe noch keiner... Okay, ich gehe jetzt eine Waffe kaufen. Pass auf. Pass auf. Hier. Schwert. Zack. Gib mir das Schwert. Ja. So easy. Ja, Ronja. Oh, mein Gott. Oh, die machen keine Regenbugs-Swipeys. Oha, nein! Du hast mich einfach zerstückelt. Schade, schade. Aber ich denke, wir wollten auch halt fair sein. Weißt du, deswegen brauche ich jetzt erst mal ein bisschen kleinen Vorsprung mit Droppern. Wir schützen zwei Droppern oben. Ich komme nicht mal auf deine Seite, weil die so rot ist. Weil du die abgeschlossen hast, oder? Irgendwie hast du viel bessere Waffen als ich. Hä, wieso, was hast du? Was hast du denn da für eine... Oh, mein Gott! Was? Ich mache nicht. Was hast du denn da für eine Kanone? Nein! Oh, warte, ich komme doch einfach zu dir. Hallo. Hi. Hi. Guck mal, ich habe 600 München. Mein Schwert schlägt dich! Was hast du für ein Scepter? Nein! Ah! Warum? Oh! Okay. Oh, no. Sehr gut. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Das ist schlecht ausgegangen für mich. Ich will sich hinterlocken, damit du nicht bei mir reinkommst. Weißt du, damit ich mich hier sicher fühlen kann, in meinen eigenen vier Wänden. Guck mal, ich kaufe diese ganzen unnötigen Upgrades nicht, okay? Ich kaufe nur die guten Sachen, die mir auch Geld bringen, damit ich hier gewinnen kann. Zack. Dropper Nummer 9 nämlich. Und dann Upgrader 3. Kostet 5000. Du hast unten schon wieder 1000 auf deinem Konto. Hol das mal ab, lieber. Ja, aber leider keine 5000. Was kann man hier machen? Keine 5000. Mensch, guck mal, wie viel die Schissi hat gerade oben. Oh mein Gott, 5000? 5000? Und jetzt gar nichts mehr, denn ich habe mir den Dropper deiner Träume gekauft. Nein! Okay, was machst du, wenn ich hier Nuke drücke? Nuke drücke? Oh, das würde ich lieber nicht machen. Das klingt gefährlich. Ich kann nicht. Ich habe keine Robox mehr bekommen. So. Was können denn... Electric Tail brauche ich nicht, Weapon Giver brauche ich nicht, Statue brauche ich nicht, okay? Ist alles unnötiger Quatsch. Was ich brauche, sind Dropper, Dropper, Dropper und Upgrader, Upgrader, Upgrader. Das ist so ein bisschen, was hier passiert. Da bekommen meine ganzen Diamanten hier. Bum, bum, bum. Das fühlt sich so gut an, wenn da steht richtig, Ronja ist der reicheste Spieler. Weißt du, mit den Kronen links und rechts, als wäre ich halt... Oh, stimmt. Warte mal, du hast den Upgrader auch schon. Ich habe den Upgrader auch schon, aber jetzt kaufe ich mir jetzt hier ziemlich nah dran. Keine Wand. Ich brauche... Ich brauche Dropper 10. Der kostet 5.000 mal wieder. 5.000. Kann ich dein Geld abgeben? Kino ist der reichste Spieler. Nee, kannst du nicht. Habe ich gerade schon bei dir versucht. Hat nicht geklappt. Ah, nicht Ronja ist der reichste Spieler. Na, Moment mal. Na ja. Kino ist der reichste Spieler. Nein! Okay, ich habe mein ganzes Geld jetzt ausgegeben. Du bist der reichste Spieler. Na ja, das war mir klar, Ronja. Du gibst einfach zu viel aus. Du musst mal lernen zu sparen. Ja, ich glaube, das ist wirklich mein Problem. Ich muss einfach ein bisschen mit meinem Geld besser haushalten. Oh mein Gott, warte, 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 da liegt Geld rum. Da liegt Geld rum. Das ist meins. Nein. Nein, 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 nein. Das war quasi kein. Oh, da ist eine Waffe. Oh, da ist noch mehr Geld draußen. Oh, das rollt so. Oh, da hinten ist auch noch welches. Ich hole mir auch was. Swordfish Sword. Geht auch noch eine Waffe. Okay, ich habe ein Schwertfisch Schwert. Das ist natürlich eh. Das ist noch eine Waffe. Schwertfisch. Hier, was kriege ich? Ah, die schlechte. Ich würde gerne Legendary hier. Tornado Summoner. Oh. Okay, schwer. Was? Schnee und Bogen habe ich gekriegt. Ähm. Das ist nicht schlecht. Ist es? Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, was bin ich eigentlich für ein Team? Blau. Hier, falsche Richtung gelaufen. Schnee und Bogen. Was kannst du? Ah, ist das so eine Art. Oh, das ist eigentlich ganz süß. Das sieht richtig hübsch aus. Guck mal. Echt? Ja, guck mal, guck mal. Ich wünsche, ich kann es dir droppen, aber kann ich nicht. Das ist so ein kleiner Bogen mit so Schneefleppen dran. Und ich kann so Schneefleile schießen. Äh. Warte, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Nein. Ja, nein. Nein, die lässt sich nicht gut schießen. Du hast mir einen Pfeil in den Rücken geschossen. Nein. Der steckt da noch. Ich... So, eins, zwei und... Sauer. Dankeschön. Bitteschön, kein Problem. Oh. Guck mal. Dafür mache ich dich fertig. Richtig, Ronja, ist derzeit der reichste Spieler. Mit 11.000. Oh mein Gott, da kaufe ich mir direkt Upgrade an Nummer 4. Du hast ja noch nicht mal die Wände gekauft hier oben. Ja, die brauche ich ja nicht. Die geben mir ja kein Geld. Bringt der Weg irgendwas? Nee, ne? Brauche ich den Weg, um in den nächsten Stock zu kommen? Ist natürlich jetzt die wichtige Frage. Ah, den Weg nicht, aber du brauchst die Wände. Ja, nochmal so eine kleine Kiste holen. So eine Weapon-Chest. Eine Weapon-Chest, du brauchst dich auf den Weg, ja? So, ich mach jetzt hier irgendwie eine Legendary-Waffe. Ja, mach das ruhig, mach das ruhig. Immer während du hier beschäftigt bist, draußen in der Wildnis, wirst du gleich sehen, was passiert. Was passiert denn? Ja, also einer wird den anderen einholen. Nein, 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 nein. Der Gewinner wirst nicht du sein. Hast du mir nicht neulich auch geschrieben, Hey Ronja, es wäre richtig cool, wenn wir meinen Skin mal updaten könnten. Ich würde gerne komplettes Rebranding machen. Alles, alles bisschen. Oh mein Gott, du bist von Haarwerk, gibst zu. Das ist so toll, wir wollen dich komplett ändern. Ich weiß gerade, aber wärst du bereit für ein kleines Umstyling? Hä? Nein, ich rede von Ronja, nein! So, Wand kaufen alle sechs, zack. Dann kann ich dir meine nächste Etage kaufen. Stopp! Hm, wer hat denn hier schon eine Treppe stehen? Was? Ist das Ronja oder ist das Easy? Oh mein Gott, Easy, no. So. Alles Käse ist der reichste Spieler. Ja. Jetzt nicht mehr, denn ich hab die nächste Etage. Das ist die nächste Etage? Das Förderband kostet einfach 12.500. What? Was wollen die von mir? Das ist natürlich ganz schön teuer. Die wuchern. Boden, 8.000. Förderband, 12.000. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie 20.000 verdienen. Das ist natürlich jetzt sehr belastend. Du hast doch gerade... Ah ne, es sind 2.000. 2.000 hab ich. Das wären 20.000. Ne, ne, hier, ich hab 2.000. Ich mach kurz was Heimliches. Nein, Ronja. So. Guck mal, rechte Ronja ist jetzt halt der reicheste Spieler. Wow. Du hast geschoben. Nein, das kannst du nicht beweisen. Cash gekauft. Nein. Kauf verboten. So. No way. Guck mal, ich brauch alles, was ich brauche. Sind halt noch ein paar Tausend Euro. 12.000 ist wirklich viel. Können die mal ein bisschen schneller ihre Diamanten produzieren? Leute, macht mal Hähne. Ich muss hier mal... Oh mein Gott, nein! Du hast es verdient, Ronja. So, zack. 12.000. Wer hat denn hier 12.000 und ist der reichste Spieler im Moment? Das bin ich nicht. Hähne hat das Förderband gekauft und das ohne zu schummeln. 12.500 kostet das Förderband. Laufen, laufen, laufen. Ich wünschte, sie hätten so einen kleinen Fahrstuhl. Ein Fahrservice? Achso, wäre ein Fahrspiel, würde auch gut sein. Ja, denke ich. Zup, Förderband kaufen. Kaufe Dropper 10.000. Dropper 11. Du hast schon... Du hast auch noch keinen Dropper 11, sehe ich. Na gut. Oh mein Gott, du läufst die ganze Zeit mit deiner Waffe durch die Gegend. Das ist richtig unhinspannend. Oh mein Gott, nein, easy. Easy. Ist man schneller, wenn man ohne Waffe rät? Anja? Bin ich denn schneller? Ich werde angegriffen. Nein, nein, ich wollte den Dropper kaufen! Nein! Wieso bist du so schnell? Okay, wir sind wieder da. Ich bin der reiste Spieler. Du kannst dich so auf den schönen Skinfreund, Ronja. Belastet, wie bist du so viel schneller als ich? Okay, was ist dein Geheimnis? Wenn ich jetzt schon verliere, was ist dein Tycoon-Geheimnis? Habe ich dir doch vorhin gesagt. Ich habe einfach Dropper-Superkräfte. Warte mal. Tycoon-Superkräfte. Tycoon-Superkräfte. In jedem Tycoon. Beide auch. Dropper und Tycoon. So, kaufe Dropper 12. Zack, das ist natürlich ein Fortschritt. Den kann sich nicht jeder leisten, Dropper 12. Der bringt 30 Dollar. Das ist nicht so viel. Leute, kennt ihr mal ein bisschen mehr, Droppern? Was soll das denn? Du bekommst auch keine anderen Sachen, hä? Du bekommst auch die Upgrade. Du, 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 ich gehe hoch zu meinem eigenen Dropper 13. Wie viel macht der? 5? 30. Okay, ich dachte schon. Am Anfang geben die nur 5. Die kosten alle so viel. Guck mal, Dropper 14. Wenn die dir so wenig Geld geben. Aber die kosten 17.000. Remont sich das denn überhaupt? Weißt du von mir? Ich will nur gucken, was du hier machst. Ich würde halt gerne nur mal schauen. Vertrau dir nicht zurecht. Ich würde halt nur gerne mal schauen. Guck mal, ich bin hier ganz friedlich. Friedlich auf deiner Kanone, genau. Ja, weil ich halt... Ich such gar keinen Beef in meinem Panzer. Oh mein Gott. Oh, die Kanone. Wie kannst du es wagen, Gronja? Hi. Ich brauche Geld. Ich bin so arm. Und das ist ja dann kein Problem. Richtig reich, du hast 18.000. Ich bin richtig reich. Wie viel hast du? Uh, ich habe gerade 11.000. Das ist 11.000. Hast du dir denn schon den nächsten Dropper gekauft? Oh, du hast den Upgrader schon. Yeah. Oh. Okay, Izzy, ich habe genug für Dropper Nummer 14. Zack. Und wir haben leider nur noch 2 Minuten left. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie versuchen, einfach so viel Geld zu verdienen, wie irgendwie möglich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil wäre für dich, wenn du nicht den Dropper kaufst, weil du schon 12.000 hast. Ich weiß nicht, ob du dann vielleicht gewinnt. Das wäre jetzt natürlich schön blöd. Wenn man am meisten gebaut hat? Nein, wenn du am meisten die Erwanden hast. Ah, tru. Ja, dann macht es keinen Sinn, wenn ich den jetzt noch kaufe, glaube ich. Aber vielleicht, vielleicht ja schon. 2 Minuten sind es... Du hast jetzt... Also, 20.000, da kann man schon noch mal für 17.5 einen Dropper kaufen, denke ich. Wie viel hast du denn gerade, hm? Ich habe 10.000. Also, ich denke halt, ich würde es kaufen an deiner Stelle. Oh, du hast es gekauft? Ich habe es gekauft. Okay. Das ist nicht schlecht für mich. Das ist gut für mich. Ich glaube, das ist gut für mich. Ich glaube, ich gewinne. Wir haben noch so eine Minute. Ja, ja, ja. Wir haben noch eine Minute, aber ich glaube, ich gewinne. Mal gucken, wer schneller Geld verdient jetzt. Ja, ich... Guck mal, weil ich habe ja schon den Dropper. Ne, ich habe ja auch schon mehrere Upgrade, Ronja. Du hast mehrere Upgrade? Ich habe alle Dropper und ich habe auch noch einen Upgrader dazu. Okay, dann bleibt es natürlich spannend. Ich habe sogar zwei Upgrader, also einen gelevelten Upgrader. Was, wirklich? Hm. Na ja. Nein, aber der gibt dir nicht so viel, oder? Ich weiß es nicht. Der wird nicht... Der wird... Wie viel Zeit ist noch? Wir haben noch jetzt eine halbe Minute. Ich glaube, du kriegst nicht so viel Schienen. Ne, oder? Das bringt gar nicht. Ich glaube, der Upgrader war Scam, den du gekauft hast. Ja, ja. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube, ich kann das gewinnen. Nein, 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 nein. Okay, noch 15 Sekunden. Du brauchst 10.000. Oh mein Gott. Easy. Ich glaube nicht, dass du gewonnen hast, denn ich habe mir die 10.000 gekauft, du nur die vorhin gekauft hast. Aber ich habe... Nein! 31.000. 31.000. Was? Nein! Oh mein Gott. Du hast ehrlich gewonnen... In letzter Sekunde... Nein! Du hast nur die 10.000 gekauft. Yeah! Okay. Ich schätze dann, das ist nur fair... Wie viel hast du? Ich habe 29. 29. Oh, okay. Na gut, ich bin Frau meiner Worte. Du kannst meinen Skin umgeschandeln. Das freut mich. Okay, gut. Dann war es mit der Feige. Guckt gerne die nächste Folge hier am Ende. Ihr werdet gerade nicht erkennen, die wird aussehen wie eine Karotte. Aber wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Und wie gesagt, nächste Folge seht ihr den Skin, den die Easy sicher richtig schön macht. Richtig schön. Gar nicht erst wieder. Ciao!